Der April hat wettertechnisch in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre gemacht. Auch in den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Aber zumindest ist kein Schnee in Sicht. Der Samstag ist mit 15 Grad der sonnigste Tag an diesem Wochenende. Am Sonntag ist es bei Regen und Werten zwischen 6 und 9 Grad ratsam, die Couch bzw. das Haus nicht zu verlassen. Der Montag bringt uns dann freundlich mit leichter Bewölkung und Werten bis 12 Grad in die neue Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017